Hi, da sagt er wieder. Ich habe jetzt gerade eben einen längeren Vortrag gehalten über meinen, ja. Über meine Buchschriftgeschichte, wie ich dazu kam, wieso ich überhaupt Videos darüber drehe. Ich habe eigentlich vergessen zu sagen oder zu erzählen, dass es eigentlich für mich eine recht große Ehre ist. Diese Community beizugehören oder dazuzugehören. Oh, man früh macht die Grätsche. So, ich wollte eigentlich heute noch zwei Messer vorstellen. Jetzt ist mein erstes Video doch dermaßen lang geworden. Jetzt muss ich Gas geben. Ich habe nicht mehr so viel Tageslicht. Mal anfangen. Zum einen. Habe ich in einem anderen Video das von Helle aus Norwegen des Eggen vorstellen wollen. War aber noch nicht zufrieden mit dem, wie ich es gezeigt habe, weil ich nur damit rumgeast habe. Das auf irgendwie eingeprügelt habe und deshalb ist dieses Video jetzt eine Weiterführung. Ich hefte das praktisch an das andere Video ran und zeige eigentlich, wie ich wirklich mit dem Messer umgehen will. Und dazu nehme ich mir diesen Stock. Also es ist grünes Holz, also nicht verrottet, wie man vielleicht meinen sollte. Und dieses Messer beißt sich dermaßen gut, dass dieses frische Holz, als wenn es, ich mache das ja auch mal hier vorne mit, als wenn es ein Skalpell wäre. Als Hackmesser, also Chopper würde ich das nicht benutzen, weil das ist ziemlich dämlich mit einem Messer. Und das ist einfach dieser Größe so umzugehen. Dann lieber mehrfach durch das Holz beißen. Und auch mehr vom Messer, länger vom Messer. Das helle Eggen hat einen Griff aus masurischer Birke, einen ganz kleinen Erl. Diese Birke soll eigentlich gepresst sein. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich denke mal eher, also auf die, auf den, auf den Griff haben die ein, ähm... Jetzt habe ich fast gesagt, Monopol. Ist ja Quatsch. Ähm... Ein Patent. Das darf nicht nachgemacht werden. Und wir wissen alle, dass seit Mora, dieser Skandigrind, dieser skandinavische Schliff, glaube ich, das Beste ist, was einem Messer passieren kann. Und... Viele sind von Moras so begeistert, deshalb habe ich mit einem Mora gemacht. Ähm... Ich bin auch von Mora begeistert. Aber es gibt so viele Messer, von denen man begeistert sein kann. Da wären zum Beispiel jetzt hier, wie ich das vorgestellt habe... Mora. Martini. Helle. Gibt es hier noch... Mit Sicherheit noch ein paar andere Messer, die wirklich gut sind. Und... Ich habe hier meine Rider Gloves an. Das ist Größe 11. Und ich habe eine wirklich gute, einen wirklich guten Griff. Ich ziehe meine Rider Gloves aus. Und ich habe immer noch einen sehr guten Griff. Und man sieht, hier oben am Schneidschutz ist mein Zeigefinger. Hier unten ist mein kleiner Finger. Ich muss nicht mit diesem Messer betonen. Weil... Das betonen. Habe ich meine Grandsworth Brooks. Oder meine... Äh... Nicht weiter, ne? S-Wing. Sportsman. Ähm... Diese Männer sind... Diese... Diese Messer sind für... Die feineren Tasks. Die Machtung. Sind zwar stabil. Und ich würde dieses hier zum Beispiel auch nehmen als One-Tool Option. Also als... Wenn ich nichts sonst dabei hätte. Das ist... Glaube ich... Ähm... Auch wenn es relativ klein ist für ein Buchstoffmesser. Ein sehr guter Begleiter. Dieses Messer würde ich niemandem in die Hand geben. Und nicht von meiner Frau. Der hat übrigens ihr eigenes Messer. Und das ist... Das Fire... Fire Knife von... Ähm... Light My Fire. Äh... Da wusste direkt worum es geht. Es hat eine Frau vom Land. Aber... Kein Landei. So also... Ohne die großartigen... Survival... Einsätze... Dieses Messers jetzt zu zeigen. Würde ich das jedem... Jedem empfehlen. Als ich das gekauft habe. Hat es... Ich glaube 59 Euro gekostet. Jetzt kostet es 79 bis 85 Euro. Das hat... Der Messerrücken ist... Scharf genug. Also der... Grat. Um das Messer... Nur mit dem Rücken. Nicht mit der Schneide. Nicht hier mit. Sondern mit dem Rücken. Zu... Äh... Die Rinde abzuschälen. Jetzt muss ich mal gucken. Ob ich einen... Ob ich dann... Ähm... Fire Skill dabei habe. Und ob ich damit... Ähm... Funk erzeugen kann. Hoffentlich habe ich ihn mitgenommen. Sonst beiß ich mir den Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Anwild phun dabei. Wir müssen so... Ca 17 Uhr sagen. Mal... Tim이는 Max ein richtig... Tore mer locks. Anwild. Auf und... Tat ? Anwild. Von Sana.. Und Samuel Future. Die Duke credited über den Part Owen. ией Halter Bür理 flex telefoniertert. Apple ist ein exerligeresbart. Wir haben laut meinem Thermometer bei 52 prozentiger Luftfeuchtigkeit eine Temperatur von 7 Grad. Und das ist meine Temperatur. Ich fühle mich jetzt gerade wohler als im Sommer oder im Frühling. So, Feuerstahl habe ich leider nicht dabei. Hätte mich auch gewohnt. Hätte mich auch gewohnt. Aber so wie der sich durch einen Ast schält. Ich zeig das nochmal in der Nähe von der Kamera. Die Rückseite. Nicht hier die Schneide, weil die ist dafür da. Und hierfür ist das wirklich ein verdammt geiles Messer für den Preis, den ich bezahlt habe. Ich zeig das nicht. Ich zeig das nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.